. . . . . Hallo und willkommen zu Dreckswurt. Heute zeige ich euch ein Video mit meinem Freund Till. Sag mal was. Hallo. Und es geht jetzt los. Hm, was ist denn das für eine Kiste? War die nicht letztens noch nicht da? Steve, war die Kiste da schon da? Nee, ich bin ganz verwundert. Hm. Wir können ja mal reinschauen. Ich pulle es mal aus. Hier ist so ein komisches Generator-Teil drin. Hm, komisch. Ah, Hilfe! Was ist das? Ah, Hilfe! Ah, Hilfe! Oh! Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, ja. Oh, nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Stehen! Untertitelung des ZDF, 2020 Stehen!